Hallo zusammen, die SEC hat gestern endlich, endlich nach einem langen und wirklich peinlichen Drama die Bitcoin-Spot-ETFs genehmigt und damit Millionen von Investoren die Erlaubnis erteilt, Bitcoin direkt in ihr Wertpapierdepot bei der Bank aufzunehmen. Und ab jetzt muss man sich nicht mehr mit komplizierter Technik auseinandersetzen, wenn man am Erfolg von Bitcoin teilhaben will. Und jetzt kann die ganze Vertriebsmaschine der Vermögensverwalter in den USA loslegen und Kapital einsammeln und ordentlich Werbung für Bitcoin machen. Und es gibt Schätzungen von Bloomberg, nach denen alleine am heutigen ersten Handelstag schon mehr als 4 Milliarden US-Dollar in den ETF einfließen sollen. Und das entspreche dann einer Menge von knapp 90.000 Bitcoins, die jetzt aus dem Markt verschwinden und im ETF drin liegen werden. Also erstmal herzlichen Glückwunsch an all diejenigen, die jetzt Bitcoin besitzen. Ihr habt es geschafft. Willkommen im Finanzestablishment. Aber was für ein peinliches Drama das doch war, was die SEC da abgeliefert hat. Der 10. Januar wurde ja in den letzten Monaten immer wieder als der wahrscheinlichste Termin für die Zulassung gehandelt. Und am Vorabend kam dann irgendwie ein bisschen zu früh auf dem offiziellen Account der SEC die Meldung, dass sie allen Bewerbern die Zulassung für die Spot-ETFs erteilt haben. Und etwas auffällig war dabei, dass sie sowohl ein Bitcoin-Logo als auch ein, ich sag mal etwas schräges Foto von Gary Gensler, dem Chef der SEC, in den Tweet eingebaut hatten. Und das ist halt irgendwie schon ziemlich ungewöhnlich für eine US-Behörde. Aber immerhin, der Termin stimmte. Und es war ja im Vorfeld schon irgendwie auch klar, dass die ETFs jetzt wirklich kommen würden. Und wenig später dann gab es plötzlich von der SEC eine Richtigstellung. Und zwar, dass ihr Twitter-Account gehackt wurde und dass sie keine derartigen Genehmigungen erteilt hätten. Der Kurs ist dann erstmal Achterbahn gefahren, hoch auf 48.000 und dann wieder runter auf unter 44.000, weil viele damit gerechnet haben, dass jetzt die SEC die Zulassungen durch den Hack erst einmal auf unbestimmte Zeit verschieben würden. Was für ein peinliches Debakel und das ist ja hier auf YouTube eigentlich auch schon zu Genüge kommentiert worden. Und ich lasse das jetzt einfach mal. Aber immerhin hat die SEC selber noch vor ganz kurzer Zeit davor gewarnt, dass die verlächtlichsten Informationen über die SEC nur von der SEC selber kämen. Und das stimmte dann ja wohl eigentlich doch nicht so ganz. Und zum anderen hat man jetzt Finanzdienstleister ganz offiziell dazu angehalten, auf jeden Fall die Zwei-Faktor-Autorisierung zu aktivieren, weil man sonst die Unternehmen in Haftung nimmt, wenn falsche Informationen irgendwelche Anleger schädigen sollten. Und genau das hatte man jetzt offenbar selber vergessen beim eigenen Twitter-Account. Also unvorstellbar. Die SEC ist wirklich zu doof, ihren eigenen Job zu machen. Also peinlich ohne Ende. Ja, und gestern Abend dann, also gestern Abend in unserer Zeitzone, kam auf der Website der SEC dann ein offizieller Beschluss raus, dass die Spot-ETFs nun wirklich zugelassen wurden und schon heute in den Handel starten könnten. Und das war dann also die offizielle und wirkliche Bestätigung, die Information, der man vertrauen konnte. Und alle haben gespannt vor diesen ganzen Livestreams gesessen, die ja auf YouTube dieses historische Event in Echtzeit übertragen wollten. Und es ging also los nach all den Monaten, wo wir jetzt von diesem einen großen Moment geträumt haben. Kommt jetzt der große Pump auf über 50.000? Die God-Candle nach oben? Oder kam der Dump, das berühmte Sell-The-News-Event? Und was war passiert? Ja, es ist fast nichts passiert. Alles war irgendwie schon eingepreist. Und durch die Fake News am Vortag ist letztlich der ganze Effekt viel zu früh verpufft. Aber schlimmer noch, das offizielle Dokument war keine 9 Minuten online und dann wurde es auf einmal von der SEC selber gelöscht. War das dann jetzt also auch Fake News? Oder wurde nun auch die Webseite der SEC gehackt, nicht nur der Twitter-Account, also alles wieder zurück auf Start? Und nach geschlagenen 20 Minuten tauchte das besagte Dokument dann auf dem Server der SEC wieder auf. Und diesmal war es dann wirklich offiziell. Die ersten Bitcoin-Spot-ETFs sind da und es geht wirklich heute los mit dem Handel. Und jetzt wird es natürlich spannend, wie sich die Kurse entwickeln und welche Auswirkungen der ETF tatsächlich hat. Und darüber haben wir in den letzten Monaten viel spekuliert. Und dabei ist es jetzt auch völlig egal, dass Gary Gensler in einem Video noch mal nachgetreten hat und gesagt hat, dass er Bitcoin jetzt nicht gut heißt, nur weil es einen ETF gibt. Im Gegenteil, alles ist voll von Geldwäsche und illegalen Aktivitäten bei Krypto. Und das kennen wir ja schon. Das ist ja inzwischen auch komplett widerlegt. Dazu gibt es dann auch eine entsprechende Antwort von Casey Wood und die war, wie ich finde, jetzt sehr, sehr gut. Ich packe den Link einfach mal unten in die Videobeschreibung. Ja, lustig ist auch, dass die Abstimmung innerhalb der SEC offenbar unentschieden war und Gary Gensler dann die entscheidende Stimme hatte. Und er musste dann wahrscheinlich so ziemlich zähneknirschend die entscheidende Ja-Stimme geben, weil also rechtlich gesehen jetzt wirklich gar keine Möglichkeit mehr bestand, das Ganze noch aufzuhalten. Und nach dem peinlichen Hack kann man dann jetzt irgendwie, glaube ich, auch aus der Nummer nicht mehr so richtig raus. Also was für ein Riesendilemma. Aber wo kann man die ETFs denn jetzt kaufen? Also erstmal gibt es hier zum Beispiel eine Website bei BlackRock und das Ticker-Symbol von BlackRock lautet IBIT. Und es gibt natürlich noch einige andere ETFs, die jetzt zugelassen wurden. Und wenn man also jetzt in den USA zu seinem Broker geht, dann sagt man einfach, ich will IBIT haben. Und dann kann man hier Anteile an diesem ETF für aktuell 20 US-Dollar kaufen. Und nach dem jetzigen Kurs des Bitcoin wären das dann also 0,0043 Bitcoin pro Anteil. Oder anders gesagt, man muss also 2300 Anteile kaufen, um den Gegenwert eines ganzen Bitcoins zu halten. Also freilich kann man sich die Bitcoins nicht dann auf sein Wallet auszahlen, aber darum geht es ja irgendwie auch nicht. Und ein Anteil repräsentiert also ungefähr 43.000 Satoshi, was dann ja irgendwie schon mal etwas besser klingt als 0,000 irgendwas. Und der Preis der Anteile sollte ab jetzt mit dem Bitcoin mitschwanken. Also wenn der Bitcoin jetzt um 10% steigt, dann sollte ein Anteil nicht mehr 20 Dollar, sondern 22 Dollar kosten und so weiter. Also es wird jedenfalls spannend, das am Anfang zu beobachten und mal sehen, welche Faktoren da jetzt noch reinspielen, wie zum Beispiel Gebühren oder was eigentlich passiert, wenn ein Falk kommt oder ähnliches. Blöd ist jetzt leider nur, dass wir in der EU keine Chance haben werden, diesen ETF wirklich zu kaufen. Also ich persönlich würde den ja eh nicht kaufen. Also ich habe ja jetzt mein eigenes Wallet und ich kann das alles selber erledigen, indem ich mir einfach einen Bitcoin kaufe. Ich brauche hier keinen ETF. Aber ich meine jetzt eher so allgemein. Also es liegt daran, dass der ETF in der EU voraussichtlich keine Zulassung bekommen wird, weil in der EU ein ETF mehr als einen einzelnen Wert enthalten muss. Und damit sind wir also weiterhin jetzt in der Finanzsteinzeit und ein Grund mehr, sich jetzt mit Krypto und DeFi zu befassen, das alles eben selber in die Hand zu nehmen. Und das merkt man jetzt auch immer wieder daran, zum Beispiel mit welchen Hebelprodukten wir so handeln dürfen und wie zum Beispiel in Deutschland Margin Trading und Optionshandel besteuert wird. Und da haben wir schon einen riesen Standortnachteil hier in der EU. Und dass das jetzt dazu führt, dass wir in der EU eine offenere Regulierung bekommen oder dass die Kryptoregulierung das irgendwie ermöglicht, dass wir einen Bitcoin ETF kriegen, weil die Nachfrage nach dem ETF jetzt so groß ist, das sehe ich ehrlich gesagt auch in der nahen Zukunft nicht wirklich. Aber das Produkt ist ja für uns eh nicht so spannend. Ich denke mal, dass ihr selber auch schon wisst, wie man Bitcoin kauft und dass ihr dafür auch keinen ETF benötigt. Und viel spannender ist jetzt natürlich die Frage, was kommt eigentlich als nächstes? Und die offensichtliche Antwort ist natürlich der Ethereum ETF, weil immerhin gibt es ja auch schon einige Anträge dazu, die jetzt nur noch bewilligt werden müssen. Den Ethereum ETF werden wir wahrscheinlich schon bis spätestens Mai diesen Jahres sehen. Und das wird sehr, sehr wahrscheinlich dann auch einen Pump beim Ether geben. Und das zeigt sich auch hier jetzt beim Etherpreis von gestern zum Beispiel. Es ist tatsächlich so, dass es der Ether ist, der hochgeht und nicht der Bitcoin ETF, obwohl der Bitcoin seinen ETF bekommen hat und der Ether noch nicht. Und da kann man mal sehen, wie mainstreamig eigentlich dieses ganze Frontrunning im Kryptospace geworden ist. Der Bitcoin ETF kommt, Bitcoin pumpt schon bei den allerersten Gerüchten. Der ETF ist da und noch in derselben Minute startet Ether durch. Man kann also sagen, das Narrativ um den Bitcoin ist eigentlich auch schon länger zu Ende. Was jetzt nicht heißt, dass Bitcoin nicht weiter steigen wird. Im Gegenteil. Aber das nächste große Ding, das richtig hochgehen wird, das ist dann endlich auch mal der Ether. Und wenn jeder Krypto-Newbie jetzt den Ether ETF frontrunnt, dann muss man sich natürlich fragen, wie kann ich jetzt die ganzen Frontrunner frontrunnen und was kommt nach dem nächsten großen Ding und was wäre das wohl? Also viele glauben, klar, welche Kryptowährung bekommt jetzt als nächstes ein ETF, also nach Ether. Und dann gehen natürlich die Spekulationen los. Wird das jetzt Solana oder wird das vielleicht Ripple oder Cardano oder Polkadot und jeder hat natürlich so seine Lieblings-Kryptowährung. Und die ganzen Link-Marines, die rufen jetzt natürlich Chainlink wird der nächste oder vielleicht wären es auch irgendwelche Layer-2s. Keine Ahnung. Und daran sieht man, dass die Leute nicht ganz so schlau sind im Kryptospace, weil das Frontrunning ist ja auch nur so ein Mechanismus oder ich meine eher mal so ein Automatismus, wo man wie immer dann wenig eigene Ideen reinsteckt und sich einfach nur fragt so, ja, also man denkt dann so ETF und welcher ETF kommt jetzt? Und das geht dann jetzt immer so weiter mit den ETFs und das Narrativ. Das wird jetzt eigentlich gar nicht mehr genügend hinterfragt. Und ich denke jetzt eher, dass schon tatsächlich der eine oder andere ETF diskutiert werden wird und vielleicht gibt es ja dann auch den lang ersehnten XRP-ETF und dann geht XRP auch endlich mal richtig hoch oder es gibt einen Cardano-ETF oder natürlich Solana. Aber die Frage ist natürlich, was wird das jetzt bringen? Und wenn man sich die ETFs mal aus der Brille der Zielgruppe anschaut, dann sind das eher Boomer oder so Opas, die Kohle haben, die also keine Ahnung haben von Krypto und die vielleicht auch nur irgendwie Rendite wollen oder einfach nur so auf ihren Bankberater hören. Und die interessieren sich nicht dafür, was jetzt besser ist als Bitcoin. Für die ist Bitcoin gleich Krypto und Krypto ist das Gleiche wie Bitcoin. Und da wird es schon ziemlich schwer, glaube ich, auch nur Ethereum zu platzieren. Aber das wird dann schon irgendwie gehen über zum Beispiel die Token-Performance, die Preis-Performance. Und das ist eben riskanter, aber es bringt eben auch mehr Rendite und ist insofern etabliert, dass es ja die zweite große Währung ist im Cryptospace. Und technisch spricht ja auch einiges für Ethereum gegen Bitcoin. Aber das ist dann irgendwie auch zu kompliziert, versteht ja eh keiner. Also dann denken die sich so, kaufen wir auch mal ein bisschen davon. Man weiß ja nie. Und so ungefähr stelle ich mir das dann eben auch im Verkaufsgespräch vor. Und dann soll der Berater also noch sagen, wie wäre es jetzt mit Solana zum Beispiel? Er soll das dann erklären nach dem Motto, ja Solana, das ist schneller und besser als Ethereum. Und dann so, hä, wieso das denn jetzt? Wieso soll ich denn dann Ethereum kaufen, wenn Solana besser ist und schneller? Und dann sagt der Berater so, ja wegen der Sicherheit. Und dann sagt natürlich der Typ, der da sitzt so, nee, ich investiere jetzt echt lieber in Bitcoin. Das ist sicher und das verstehe ich einigermaßen. Also, dass das passiert, dass sie das ins Verkaufsgespräch irgendwie aufnehmen, das glaube ich eher nicht. Und ich denke, dass der Effekt dieses ganzen ETF-Narrativs immer schwächer werden wird und sich auch immer weniger auf die Preise der jeweiligen Coins auswirken wird und dass das Thema jetzt mal langsam auch ausfädelt. Also, ich würde jetzt jedenfalls nicht unbedingt wegen eines möglichen ETFs noch schnell XRP oder Cardano kaufen. Und stattdessen könnte es vielleicht ein Krypto-Misch-ETF geben mit den fünf größten Blockchains oder so. Aber das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht so schnell, weil das regulatorisch wieder sehr kompliziert ist und wahrscheinlich die Nachfrage auch so direkt am Anfang noch gar nicht da ist. Stattdessen eben die Nachfrage sich mehr auf Bitcoin und auf Ethereum konzentriert. Und stattdessen muss man sich mal fragen, was der Bitcoin-ETF jetzt nicht hat und was er auch nie haben wird. Ja, und das sind Dividenden. Und genau da hat Ethereum dann einen riesigen Vorteil, denn durch das Staking lassen sich sehr, sehr einfach Dividenden in einen, sagen wir mal, Ethereum-Staking-ETF integrieren. Und das ist für mich sogar der nächste logische Schritt. Also, wenn man die ganzen Ether vom ETF schon aufbewahrt, dann kann man sie eigentlich auch staken und die Staking-Rewards dann eben auch ausschütten. Und damit hätten wir dann den ersten ausschüttenden Krypto-ETF, also den ersten Krypto-ETF, der Cashflow generiert, der Rendite generiert und für den man also was bekommt, der also quasi wie eine AG produziert. Und die Rendite wäre dann natürlich durch den Kursanstieg auch ziemlich üppig. Also, es gibt beim Staking ja 4% Staking-Rewards und zwar in Ether. Und das ist ja dann je nach Kursentwicklung in Dollar gerechnet, vielleicht sogar mal 10 oder 20% je nach Jahr und das bei einer positiven Kursentwicklung. Und das heißt, man kann schon so ein ziemlich sicheres 2x oder ein 3x im Jahr durchschnittlich erwarten, wenn das jetzt so weitergeht, wie es in letzter Zeit gewesen ist. Und das dann ergibt dann eben so ein ziemlich ansehnliches passives Einkommen und sagen wir mal 50.000 US-Dollar in diesen ETF investiert, dann kämen da im Bullenmarkt also locker 500 bis 1000 Dollar im Monat allein durch die Rendite raus und das wäre tatsächlich mal schön für die Rente und das bekommt man dann eben auch richtig gut verkauft. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie kann man in dieses Narrativ schon jetzt investieren und da wird es dann so ein bisschen schwierig, glaube ich. Also zum einen kann es sein, dass die Liquid Staking Tokens dadurch profitieren könnten, also nicht die Tokens selber, sondern die Projekte, die dahinter stehen, allen voran zum Beispiel Lido. Also wenn jetzt ein Staking ETF käme, ein Ethereum Staking ETF, dann könnte Lido zum Beispiel einer der Anbieter sein, der das Staking für BlackRock oder für andere ETF-Anbieter abwickeln würde. Und dabei würde ja eigentlich schon das Gerücht reichen, um den Kurs nach oben zu bringen. Und ich glaube eher nicht, dass Lido wirklich ein solcher Anbieter wird, aber das ist für diesen Fall dann auch am Anfang erstmal komplett egal. Also erst kommt der Ethereum ETF, dann kommt das Staking Thema und dann pumpen die Tokens der Anbieter, bis sich herausstellt, dass BlackRock und Co. das doch nicht über Lido machen werden. Aber den Pump, den kann man ja eigentlich schon mal mitnehmen. Und ich bin eigentlich sicher, dass dabei Lido sehr, sehr wahrscheinlich nicht berücksichtigt wird. Die Struktur dahinter ist einfach zu dezentral und das werden die echt niemals bei der SEC durchbekommen. Und noch weniger Chancen sehe ich eigentlich bei Rocket Pool oder bei Frax oder so. Also ich glaube, das wird nichts. Sehr, sehr wahrscheinlich wird das dann auf jeden Fall wieder Coinbase machen, wie jetzt auch das Custodian bei vielen Bitcoin ETFs. Und die sind ja tatsächlich börsennotiert und die sind schon voll reguliert und die sind irgendwie auch Establishment. Und das könnte ich mir also am ehesten vorstellen und vor allem auch, weil sie ja die Abwicklung bei vielen ETFs beim Bitcoin eh schon machen. Und ich denke, das wäre also jetzt meine allererste Adresse und deshalb glaube ich auch, dass man durchaus mal darüber nachdenken kann, die eine oder andere Coinbase Aktie zu kaufen. Also ganz ohne Krypto einfach mal zur Abwechslung im traditionellen Finanzbereich. Also warum eigentlich nicht? Und ich finde, Coinbase hat ja tatsächlich alle Chancen, sagen wir mal, das Apple der Kryptoindustrie zu werden. Und naja, was kommt also als nächstes? Der Solana ETF oder sogar vielleicht der Zay ETF? Also schaut mal in mein Video über den Zay rein, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Zay könnte das neue Ethereum werden. Da sollte man sich also wenigstens mal informieren, bevor man das kauft oder sich von mir aus auch dagegen entscheidet, das zu kaufen. Man sollte das Ganze aber auf dem Radar haben. Und ansonsten abonniert ja am besten mal meinen Kanal. Wenn es was Neues gibt zu den ETFs, dann werde ich natürlich auch was darüber machen. Und ansonsten wünsche ich erstmal alles Gute. Bis bald. Tschüss.